Ich habe das schlimmste Spiel auf der Welt endlich durchgespielt. Ha! Oh nein! Nein! Klassischer First Try. Ja, ich habe mit drei Stunden gerechnet, waren dann eventuell so um die sieben Stunden. Ich wurde durchgebrochen vom Spiel. Jeder hat gesagt, ich soll loslassen und aufhören zu spielen, aber ich habe durchgezogen. Das, was ihr jetzt seht, sind die tiefsten Tiefen und die höchsten Hochs, die ihr jemals gesehen habt. Lass es positiv werden, du kommst das Abo da, wenn ihr mehr von Only absehen wollt. Und gönnt euch einfach die komplette Zerstörung ab. Let's go! Chen! Warum habe ich gerade fast gekotzt? Entschuldigung. Das Ding ist, ich werde mich jetzt konzentrieren, wisst ihr, was ich meine? Da müsst ihr dann halt auch einfach einsehen, dass ich ein Gamer bin. Und dass wir das jetzt hier ganz emotionslos durchballern werden, alright? Ey! Was? Hä? Warum? Komplett runter. Komplett runter. Nice. Da müsst ihr dann halt auch einfach einsehen, dass ich ein Gamer bin. Ey, nein, das hat er. Ey, krass, was der Tief für Sachen macht. Der ist so abnormal. Warte mal ganz kurz. Wir wollen uns nicht verarschen lassen. Oh, ist es hier so schön. Was passiert jetzt? Hallo? Hallo? Na ja. Na ja. Nein! Jetzt bricht's hier langsam alles durch. Naja. Timmy, du B****. Häng dich da hin. Häng dich auf. Hallo? War ein Spaß, Timmy. Ruhigen wir uns bitte. Ah! Ach man! Immer an der Stelle? Ach man. Ach, Digga. Diese Bastardstelle, was ist das denn? Und dass wir das jetzt hier ganz emotionslos durchballern werden, alright? Nein. Timmy. Timmy! Wenn ich Leertaste drücke. Hör mir zu! Halt die F***! Was ist passiert? 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 Ich wollte einfach nur aussteigen. Bro, er ist wirklich gesprungen. Er wollte alles beenden. Was ist das? Dreckskind. Du musst mich hier gar nicht, Aphrodize, musst mich hier gar nicht mit so Bastardmusik empfangen. Ich weiß genau, was das hier für ein Muggelapartment ist hier oben, was du hast. 100 Quadratmeter, 20.000 kalt. Nimm mir weg mit deiner Kack-Klarinette da, was das war. Welchen Hals jetzt hier? Du hältst die Fresse. Or whatever. Merkst du selber? Ich bin richtig geladen. Merkt ihr das? Ich bin geladen. Ich habe zwei Volt in mir. Bitte sag dir, die soll die Fresse halten. Ich schwitze gar nicht. Ihr schwitzt. The more I know, the less I know. War das jetzt wirklich nötig, das zu sagen? Oh nein! 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 Ja, mein PC stört ab. Ist jetzt geistkrank. Doch nicht. Oh Gott, ich bin zu weit nach oben gesprungen. Ja. 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 Ich wusste es. Ich wusste es. Das Dach ist einfach durchgeglitscht. Nice, oder? Wieder nach unten. Let's go. Weiter geht's. Lebt deinen Traum, denn er wird Java. Shuri Yu-Gi-Oh ist einfach Liebe. Ich wusste es. Ich wusste es. Gott, ich wusste es. ja, Ich wusste es. 哦... veux? penselle Liebe ... all� ... Oh mein Gott, Alter. Ich krieg so fickrige Finger gerade. Ich hab mir das Gefühl, es geht hier jetzt um Piraten und so. Bitte nicht runterfallen. Bitte, 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 bitte. Was ist das jetzt? Entschuldigung. Sorry, ich hab's gerade gefühlt. Stylus. Ich wünsche dir eine Wiese. Was? King of... W- 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 What? Hallo? Was? Was? Hallo, lieber Mann! Entschuldigung, Entschuldigung, Ruhe! Elend! Sag mal, sind die Fische 2D? Das ist nicht euer Ernst! Vielleicht sollte ich nicht sprinten. Oh mein Gott! Einatmen! Ausatmen! Einatmen! Ausatmen! Alles gut. Boah, ich hab ein bisschen Angst, ne? Egal, wir laufen das jetzt. Wird schon nichts passieren. Many things were terrifying at night and became a laughing matter when daylight came. Und wanderte ich auch im finsteren Tal, so fürchte ich kein... Unglück. Denn du... Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ja, 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 ja! Komm! Komm! Neeee! Hallo! Hallo? Was passiert hier? Bro! Waa! Waa! Hallo! Ey! Da müsst ihr halt auch einfach einsehen, dass ich ein Gamer bin. Und dass wir das jetzt hier ganz emotionslos durchballern werden, alright? Ganz kurz, ganz kurz. Ist es Absicht vom Spiel? Ich schwöre auf alles, ich wurde in der Luft, in der Luft wurde ich hin und her geschleudert. Ich habe dies gesehen, in der Luft bin ich nach links und nach rechts geschleudert worden. Selbst wenn du irgendwo aufgekommen wärst, dann hättest du dich wieder abkaptapultiert. Das ist einfach so beabsichtigt. So dumm. Ist das respektlos, dieser Blurb. War Phil an der Stelle schon mal, Chad weiß gerade nicht mehr. Oh, geiler Song. Skrillex to make the fire, make it burn them. Rauschen! 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 Ja, was ich so gut aus? Ah 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 ah. Oh 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 oh. Oh 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 oh! Wo kam denn da gerade ein fucking Dino her? Digga, hast ein T-Rex gespawnt? So, stopp. Ich glaube, wir können entweder hier drauf springen oder links drauf springen. Was fällt weg? Das fällt weg, der Tisch und die Pizza, boy. Okay, und da können wir auf die... Ja, wir gehen links dran, wir gehen links dran, wir gehen links dran. Rechts würde er auch gehen. Ich glaube, du kannst links rein. Also Hauptsache nicht geradeaus. Nein. Nein. Ach, scheiße, Digga. Egal. Ah! Ah! Das ist ein Drache! Lalalalalalalalalalalalalala. Kanada! Spanien! Japan! Italien! Australia! Äh! Dänemark! Frankreich! Türkiye! Türkiye! Südkorea! United Kingdom! Russia! Sweden! China! Deutschland! Norwegen! United States of America! Holland! Wie war ich, Chad? Wie war ich? Richtige... Richtige ist... Hö, 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 Hö! Ich meine, Hö! Hö, 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 Hö! Oh Mann, Alter! Oh Mann! Äh! Es geht noch so weit, komm! Hallo? Entschuldigen Sie, wo geht es denn nach oben? Äh! This giant is like my father, just as scary and huge, but in fact useless and worthless. Mmh-hmm. Puts! What? First try. Puts! Puts! Oh, alles gut. Puts! Dann nochmal neu. Schade. Nee, ich muss mich konzentrieren. Ich kann das jetzt nicht so auf witzig mit Musik machen. Aha! Ananas auf Pizza. Eins für geil, zwei für nicht so geil. Ich bin da, Chad! Ich bin da! Puh! Puh! Mission failed. We'll get her next time. Mission failed. Uuuuh! We are in this world to gain experience, and in order to gain experience, we need to move forward. So the meaning of life is in life itself. Wow, that's cool. Is this, is this, is this, is this? First try, Chad. Fast Drive!